Heute gucken wir uns fünf unbekannte CSS-Attribute an, also los geht's! Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video. Heute geht es um CSS und heute geht es vor allem darum, fünf sehr unbekannte CSS-Attribute sich mal ein bisschen genauer anzugucken und zu verstehen, was die eigentlich machen. Deswegen ist das Video interessant für Anfänger, aber auch für fortgeschrittene CSS-Nutzer. Prinzipiell, wenn ihr Fragen oder Probleme habt oder andere Attribute mal wird, anderen Webdesignern diskutieren möchtet, ganz oben in der Videobeschreibung findet ihr den Link zu Discord. Dort könnt ihr der Community joinen, Fragen stellen, Fragen beantworten, euch mit Gleichgesinnten austauschen und ansonsten legen wir jetzt los und gucken uns mal Attribute an, also auf geht's! So los geht's wie immer in meinen Videos, erst mal mit einer kleinen Setup-Tour. Hier an der Seite seht ihr Visual Studio Code, hier an der Seite seht ihr Chrome. Das hier ist meine Standard-Entwicklungsumgebung, die ihr unten in der Videobeschreibung verlinkt findet. Eine Live-Demo gibt es zu diesem Video nicht, weil wir nicht wirklich irgendwas programmieren. Grundsätzlich, hier habe ich nur zwei Bilder bisher hinzugefügt, die wir gleich im Laufe des Videos brauchen werden. Ansonsten ist das unverändert meine Standard-Entwicklungsumgebung. Wie gesagt, eine vollständige Erklärung dazu unten in der Videobeschreibung. Aber jetzt gucken wir uns erst mal den ersten CSS-Befehl an. So erstaunlicherweise brauchen wir für unser erstes CSS-Attribut unsere Entwickler-Tools. Das habe ich schon mal geöffnet in der Responsive-Ansicht, das macht ihr über dieses kleine Icon hier. Und das erste, was wir jetzt brauchen, ist ein HTML-Tag mit einer Klasse, in diesem Fall Background-Image. Das Ganze speichere ich einmal ab und öffne jetzt unseren Style. Hier sage ich, okay, unsere Klasse würden wir jetzt gerne auch ein bisschen editieren. In unserer Style-SCSS füge ich jetzt unsere Klasse ein und definiere erst meine Größe für unsere Box. Außerdem möchte ich gerne mein Hintergrundbild, denn darum geht es mit diesem Attribut, ein bisschen positionieren. Also einmal Center-Center, dass es mittig ist, dass es nicht wiederholt wird und dass es unsere gesamte Fläche einnimmt. In dem Moment, wenn ich das speichere, passiert hier aber nichts, aber das erste, was ich jetzt mache, ist etwas, was die meisten von euch wahrscheinlich kennen werden. Und zwar füge ich einfach ein Hintergrundbild ein, indem ich einfach mit URL ein Bild aus meinem Assets-Ordner verlinke. Und in dem Moment sehen wir hier schon wunderbar mein Bild. Und wenn ich hier runter scrolle, sehen wir auch, small.wp wird geladen, also das Bild ist korrekt da. Hier oben sehen wir außerdem, dass ich eine Device-Pixel-Ratio von 1.0 habe. Es gibt ein HTML-Picture-Tag. Dieses ermöglicht es euch mit Hilfe von HTML für bestimmte Auflösungen, bestimmte Bilder, also verschiedene Größen und Auflösungen zu laden. Dasselbe geht jetzt auch für Background-Images. Und wie machen wir das? In dem Moment müssen wir das hier einmal kopieren. Schneide ich mir mal aus. Das erste, was wir jetzt nämlich machen müssen, ist mit WebKit Image Set aufzurufen. Hier drin definiere ich mir jetzt einfach mein Bild, was ich gerade auch gemacht habe, wie ich es gerade auch getan habe, einfach mit small.webp. Außerdem sage ich hier 1x und mache ein Komma. Diese Zeile kopiere ich mir jetzt einmal, füge dich hier unten nochmal ein und rufe jetzt ein Big auf. Ein zweites Bild quasi mit einer doppelten Device-Pixel-Ratio. Das Ganze speichere ich jetzt ab und in dem Moment, wenn ich das hier neu lade, sehen wir, wir laden immer noch small.p. Wenn ich aber die Ratio auf zwei setze und neu lade, sehen wir, wir laden jetzt das große Bild. Und das ermöglicht es euch, Hintergrundbilder entsprechend der Auflösung eines Devices zu laden und nicht unnötig Bandbreite oder Page-Load-Speed zu erzeugen. Saisonlos geht's mit dem nächsten CSS-Attribut. Ihr seht, ich habe hier schon ein bisschen was vorbereitet. Hier ist einiges an Boilerplate. Grundsätzlich habe ich hier einen Button, das ist dieser Button hier oben. Dann haben wir hier einen Artikel mit ein paar Paragraphen drin, das ist der Text hier. Und grundsätzlich sind diese beiden Elemente einfach nur da, um das eigentliche Problem zu verdeutlichen. Wenn ich nämlich auf den Button drücke, dann blendet der einen Scroll-Biton ein oder aus. Und ihr seht auch hier, ich mache eigentlich nichts außer die Höhe der Seite zu verändern, wenn ich auf diesen Button draufdrücke. Das, was ich erklären möchte oder um was es eigentlich geht, ist nämlich das sogenannte Layout-Shift. Wenn man hier nämlich draufdrückt, verändert sich die Weite der Seite und ihr seht, unser Inhalt verändert sich mit. Und in dem Moment haben wir immer so einen Sprung da drin und vor allem wird das sehr deutlich, wenn ihr unterschiedliche Seiten habt, zum Beispiel auf einem Blog, auf einer Shopping-Seite oder so etwas. Und in dem Moment, wenn der Nutzer die Seite verändert, shiftet das ganze Layout so ein bisschen. Und das ist einfach ein sehr störender Effekt und man kann das relativ leicht verhindern mit dem CSS-Attribut, was ich euch hier zeigen möchte. Dafür gehen wir hier in unseren Style-Bereich und sprechen einfach direkt unseren Body bzw. die HTML-Seite an. Außerdem wollen wir jetzt ein CSS-Attribut ansprechen, nämlich Scrollbar-Gatter. Und in dem Moment können wir jetzt sagen, okay, ich würde gerne, dass das Ganze jetzt stable ist. Das speichere ich jetzt einfach mal ab und ihr seht, unser Text hat sich verändert. Und wenn ich jetzt hier draufdrücke, blendet sich der Scroll-Balken ein und aus, aber unser Text, unsere Seite verändert sich nicht mehr. So, das nächste CSS-Attribut, was ich erklären möchte, braucht Text. Den erzeugen wir uns jetzt einfach in Form von einer Diff-Box und hier drin erzeugen wir uns einfach Lorem Ipsum. In dem Moment wechsle ich in unseren CSS-Bereich und schneide unseren Text erstmal ein bisschen auf eine Länge, indem ich eine Weite definiere und habe jetzt gesagt, okay, wir haben jetzt sechs Zeilen Text. Diese sechs Zeilen Text können erstmal nicht sonderlich viel, aber wir wollen jetzt immer nach drei Zeilen einfach so einen Punkt, Punkt, Punkt am Ende einfügen, egal wie lang der Text ist, immer nach drei Zeilen. Um das zu erreichen, müssen wir jetzt erstmal eine besondere Form von Display definieren, nämlich Display und dann WebKit-Box. Außerdem müssen wir sagen, in welche Richtung wir quasi unseren Text später abschneiden wollen. In unserem Fall definiere ich dazu Box-Origint und dann Vertical. Außerdem müssen wir jetzt sagen, nach wie vielen Zeilen wir unsere Punkte einfügen wollen, in unserem Fall daher Line Clamp 3 und natürlich muss alles, was darüber hinausgeht, abgeschnitten werden. Dafür brauchen wir Overflow Hidden. Wenn ich das jetzt abspeicher, sehen wir, wir haben nur noch drei Zeilen und hier Punkt, Punkt, Punkt. In dem Moment, wenn ich jetzt beispielsweise das Ganze deutlich kleiner mache, zum Beispiel nur noch fünf Rem, in dem Moment haben wir immer noch nach drei Zeilen, wo wir das abschneiden. Wenn das 25 sind, ist es immer noch nach drei Zeilen schneiden wir ab. Also wir orientieren uns nicht nach der Anzahl der Zeichen oder irgendwas in dieser Richtung, sondern wirklich nach der Anzahl der Zeilen. Wenn ich hier sage vier, dann kriegen wir vier Zeilen. Wenn ich hier sage zwei, dann kriegen wir nur noch zwei Zeilen. Also ihr könnt damit ziemlich einfach diese Punkte erzeugen in einem sehr dynamischen Layout und das ist vor allem für Blogs oder Newsseiten extrem interessant. So, das nächste CSS-Feature, was wir uns angucken wollen, ist eigentlich gar kein wirkliches CSS-Attribut, sondern mehr ein Value. Aber was genau meine ich damit und was geht es eigentlich? Grundsätzlich brauchen wir erstmal ein bisschen HTML-Text und in unserem Fall eine Diffbox. Die hat eine Klasse, nämlich Box und ein Paragraf mit Awesome. In dem Moment, wenn ich das speichere, sehen wir hier schon unseren Text. Nicht wirklich spektakulär, nicht wirklich spannend. Wir können das Ganze jetzt auch ein bisschen einfärben, indem wir hingehen und sagen, okay, wir haben hier unsere Box, unseren Paragrafen. Dem geben wir ein Padding, eine Schriftgröße, eine Schriftfarbe und eine Outline, wenn ich mit der Maus drüber gehe. Das speichern wir jetzt ab und wir sehen wunderbar, wir haben hier unseren Text, unsere Outline, sieht alles wunderbar aus. Diese Variable kommt aus meinem Preset und ist eigentlich nur einfach ein Hexcode mit dieser roten Farbe drin. Wir können das Ganze jetzt ein bisschen dynamischer gestalten. In vielen Fällen habt ihr nämlich in eurer Anwendungen Vererbung, also beispielsweise Komponenten, die wiederverwendet werden, wie Buttons, wie verschiedene Schriftelemente oder so etwas. Und ihr wollt wahrscheinlich von oben die Farbe in das Child rein definieren. Ihr könnt hier mit CSS-Variablen arbeiten, aber das ist sehr umständlich und nicht wirklich zu empfehlen. Wir können nämlich diese Farbcodes, wenn wir davon ausgehen, wir wollen die Box definieren und die Childs sollen sich anpassen oder ihr habt andere Konfigurationen, die sich an der Schriftfarbe des Elementes anpassen sollen, wie zum Beispiel die Outline, dann können wir sagen, okay, die Farbe und auch die Outline ersetzen wir durch Current Color. Das ist eine globale CSS-Variable sozusagen und wenn wir abspeichern, sehen wir, das wird weiß, weil weiß meine Standardfarbe für Text in meinem Layout ist, vom Body vorgegeben. In dem Moment, wenn ich jetzt aber dem directen Parent Element, in unserem Fall der Klasse Box, eine Schriftfarbe gebe, in diesem Fall wieder den Rotton, ich speichere ab, sehen wir, alles wurde wieder rot und auch wenn ich mit der Maus darüber gehe, wird auch unsere Outline, die ebenfalls ja Current Color besitzt, rot. Das bedeutet, wir können damit sehr dynamisch alles verändern in Abhängigkeit zu unserer Parent Schriftfarbe und das ist vor allem für jede Art von Typografie oder Typografie-Effekt wie Underline oder irgendwelche Zeichen ziemlich spannend und auch Icons wie SVGs können mit Current Color eingefärbt oder gefüllt werden. Also das ist ein Attribut, was man definitiv kennen sollte. So, die nächste CSS-Property, die wir uns angucken wollen, beschäftigt sich mit Touch. Grundsätzlich habe ich hierfür einfach für Demo-Zwecke eine Div-Box mit der Klasse Element. Der habe ich ein paar Sachen mitgegeben, zum Beispiel eine Größe, eine Hintergrundfarbe oder runde Ecken. Und das ist diese grüne Box, die man hier an der Seite sieht. Ich habe hier meine Entwickler-Tools schon an und wir wollen jetzt Touch-Aktionen des Nutzers einschränken können. Aber um Touch-Aktionen erstmal zu provozieren, gebe ich jetzt unserem Body erstmal eine Größe, sodass in dem Moment, wenn ich jetzt speichere, wir Pan in die X- und Y-Achse wunderbar durchführen können. Also wir können jetzt hier per Drag & Drop Touch simulieren. Das funktioniert alles ganz toll. Aber wir wollen jetzt vielleicht verhindern, dass der Nutzer auf die X-Achse zugreifen kann und wir wollen nur noch die Y-Achse erlauben. Hierfür sage ich jetzt einfach auf unseren Body Touch-Actionen und sage jetzt hier, okay, ich möchte gerne einfach nur noch Pan Y erlauben. Jetzt kann ich nach unten und oben, aber ich kann nicht mehr nach links und rechts. Unser Browser sagt, das geht nicht, obwohl ich ja weiß, dass unsere Weite die 200-prozentige Weite unseres Devices ist. Ich kann das auch umdrehen und Pan X benutzen. Jetzt kann ich nur noch nach links und rechts, aber nicht mehr nach oben und unten. Aber ich kann nach oben und unten scrollen. Also scrollen funktioniert, aber Pan quasi kann ich nicht mehr. Es gibt eine ganze Reihe von Interaktionen. Ihr könnt zum Beispiel auch bei bestimmten Bereichen eurer Seite einfach Touch komplett disablen oder ihr könnt auch verschiedene andere Touch-Interaktionen enablen oder disablen und die auch miteinander kombinieren. Dazu ist auf der Mozilla-Seite, die ist ohne Videobeschreibung verlinkt, eine Vielzahl verschiedener Aktionen, die ihr steuern könnt und das Ganze einfach nur mit CSS. Seid aber vorsichtig, dass ihr den Nutzer nicht irgendwie einschränkt. Zum Beispiel auf Bilder sollte man immer zoomen können auf Endgeräten, weil das einfach eine sehr wichtige Funktionalität ist und auch andere gewohnte Funktionalitäten auf Touch-Geräten, vor allem Mobile-Geräten, sollte man nicht disablen, weil Nutzer es gewöhnt sind und das sonst ein bisschen abschreckend für euer Projekt wirken könnte. So, das war's wieder für diese Woche. Wer euch das Video gefallen hat, hinterlasst einen Daumen hoch oder einen Kommentar unter dem Video. Ansonsten, wenn ihr Fragen, Probleme, Kritik oder sowas habt, wie immer findet ihr in der Videobeschreibung Social Media Links, wo ihr mich erreichen könnt, aber natürlich auch Affiliate- und Partnerseiten, wo ihr diesen Channel supporten könnt. Ansonsten, ja, sehen wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin, viel Spaß und tschau. Bis dann, viel Spaß und tschau.